Hello everybody und willkommen zurück zu The Monster Project with the Manuel Äh? Ja? Was? Hä? Geh weg! Herzlich willkommen! Geh weg! Warum macht das so... Was? Wenn du jetzt ernsthaft, warum... Hä? Darf ich nochmal zuhauen? Du hast ein Critical gelandet. Ja? Ja! Darf ich nochmal zuhören? Nein! Oh! Ich hab nicht gedacht, dass das wieder tötet. Sorry. Du hast doch Stärkekristall. Hab ich? Ja! Du hast ein Stärkekristall von Stärke 4, glaub ich. Ja, da war was. Toll, jetzt sind meine ganzen XP weg, die ich dafür verwenden wollte, dir zu helfen. Ich hab noch 22. Ja, du. Und was ist mit mir? Ja, du nicht. Ah. So. Ich hab absolut... Ich hab jetzt Regeneration. Ja. Und wieder voll. Sag du mich mal mit dem. Das bringt mir doch nichts, wenn ich mit dem schlage. Weil ich brauch doch deinen Stärkekristall. Ja, da war was. So, und nein, das will ich jetzt nicht machen. Okay. So, ich schätze mal, du wirst dich mal kurz ins Bett packen. Bei dir ins Bett packen, bitte. Äh, nee, es geht nicht. Wieso, es geht nicht? You can only sleep at night. Das ist doch... Das ist doch... War schon. So, ähm, du hast Netherseeds. Hab ich? Ich denk ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß besser, in deinem ME ist Bescheid. Bei dir. Ja, ich weiß. Bei dir. Du schaust nur da grad herum und... Ja, ich schau schon mal die Materialien zusammen. Okay. Dann geh ich auch mal. Und bin produktiv. Oh, ein Baum. Nein. So, gut. Ähm, nee, Zerseds. Ja, hab ich ein bisschen was? Ja, ähm, wir brauchen Blaze-Rods. Ja? Und vielleicht eine Enderperne. Kann ich die aus der Nether-Essence machen? Ja, normalerweise schon. Wie? Pfff. Ach nee, Blaze-Essence brauchen wir dazu. Ach. Ja. Scheiße. Hast du einen Blaze-Rod? Nö. Wie? Nö. Ich war noch nie in der Hölle... Also ich war noch nie ohne zu sterben in der Hölle. Ach, da war ja was. Ja. Das ist richtig. Gut, dann müssen wir uns jetzt gleich mal ändern. Echt? Ich hab aber Angst. Tja, da muss er jetzt durch, der Manuel. Okay, ich geh schon mal. Gut, tschüss, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich Manuel Sachen wieder retten darf. Ja, wahrscheinlich. Wenn die Pigments noch immer wütend auf mich sind, ne? Ja, dann. Au, 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 ich sterbe. Ich, ich sterbe wirklich. Wieso denn? Ich sterbe jetzt ernsthaft. Wie, in der Hölle? Ja. Ich bin da reingegangen. Es hat mich Pigments angegriffen. Alex, holst du meine Sachen? Hä? Was? Ich bin im Portal gestorben. Du kannst wiederkommen. Wie? Ja, du kannst jetzt wiederkommen. Wohin? In die Hölle. Warum? Da sterbe ich alle getötet habe. Da sterbe ich aber wieder. Ich hab doch alle getötet. Na und? Ich sterbe trotzdem. Du kommst jetzt wieder. Das mach ich nicht weiter. Jetzt nehm ich deinen Rucksack. Ne? Nein. Tust du nicht. Keiner. Magst du das abbauen? Ja, mach ich. Ich hab keine Sachen da. Warum brenne ich schon wieder? Ach so, wegen meinem Kristall-Ding. Welchen Kristall hast du denn dabei? Ich weiß es nicht. Sammel dir mal auf und schau nach. Ja. Gut. Dann bring ich die mal ganz kurz zurück. Danke. Gut, jetzt ist mir einiges klar. Und ich hab gedacht, die greifen mich an. Boah, ich hab Angst im Leter. Kaum ist man drin, dann stirbt man schon. Das ist einfach richtig eklig. So. Also, ich glaub, das war der und der. Genau, jetzt hab ich Saturation und Regeneration. Das passt. Das sind meine beiden. Und ich komm wieder zurück. Boah, ich hab echt Angst. Wenn du auch mit Feuer und Flamme da drauf bist, reinzugehen. Wo ist mein Gleiter? Hier. Hast du mir zugeworfen. Wo? Da. Da, da liegt da. Wo ist da? Hier, draußen. Da. Wann bist du rausgegangen? Wo bist du? Ich weiß es nicht. Hä? Ach, du bist ein Hase? Nein, ich bin kein Hase. Hier ist der Morph-Mod nicht drin. Oh, dann hab ich jetzt grad einen echten Hasen. Komm, ich dich connecte mal ganz kurz. Ich hab dich gesehen. Bitte. Hi. So. Hi. So. Slowly. Ja. Boah, ich hab echt Angst. Lonely. I'm still lonely. I have nobody. Da ist ja eine Neter-Festung. Wo muss man da rein? Ähm. Komm einfach bitte. Komm einfach bitte hinter mir hinterher. Okay. La, 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 la. Ich brauch noch einen besseren Schwert. Ja? So eins wie meins? Keine Ahnung. Ich hab ein Saphir-Schwert. Oh. Das ist sehr vorteilhaft. Ja? Wie viel Schaden macht eins? Acht. Acht? Ja, das ist sehr viel. Ich bin richtig stolz drauf. Das war das erste Schwert und das einzige Schwert, was ich mir bis jetzt gecraftet hab. Cool. Das ist wirklich hervorragend. Ja, ist da. So. Ja? Ja, lass mich nochmal hin. Ja? Oh. Spiner. Ja. Und deine Spitzhacke. Alter. Manuel, bitte. Du musst nicht immer gleich alles aufsammeln, was ich wegschmeiße. Ich bin schon genervt dadurch, dass jemand mein Ding da abgebaut hat, das da in meiner, ne, auf meinem Grundstück. Darf ich das abbauen? Nein. Den brauchen wir. Sonst schlage ich dich gleich tot und nimm deine Sachen. War ja nur Spaß. Ja. Nee, ich bin schon mal recht gut. Der Wind tot schlagen. Manuel. Ja. Ich helfe dir nicht wieder und ich verlasse das Projekt auf der Stelle, wenn ich noch einmal sterbe. Gut. Das sind Dinge. Warum brennst du? Weil mich die Blazes angegriffen haben. Ich hatte einen Blaze-Rod. Super. Davon brauchen wir vier Stück. Warum vier? Weil wir vier brauchen. Okay. Was willst du überhaupt machen? Einen Endertank. Achso. So einen, wie ich bei mir stehen habe mit der Lava. Den stellen wir dann bei dir hin und dann kannst du diesen Generator mitnehmen und den kannst du dann behalten. Das ist lieb von dir. Community High Five in 3, 2, 1. Ich habe Neuseher. Das ist mir schlecht. Ja, kommt dann noch was. Mach sie alle tot. Wie viel hast du? Zwei. Guck mal, jetzt hast du drei. Danke. Das ist lieb von dir. Ja, ne? Richtig lieb. Ja. Oh, da ist ja was. Manuel, und am besten du bleibst mal da hinten und ich bleib hier, dann können wir uns nicht über den, ne? Ja, ja. Einfach selbst tauchen. Ja, ja. So weit. Oh, da ist was. Manuel. Ja? Was habe ich gerade gesagt? Das ist sehr wichtig. Ich habe jetzt nur noch... Toll. Was denn? Ein halbes Herz. Nur weil du mal wieder nicht zuhörst. Manuel, bitte. Ich will hier nicht noch mal sterben in der Hölle. Einfach mal... Wir sind eigentlich fertig, oder? Ja, weiß ich nicht, ob du vier Stück hast. Ja, ich habe vier Stück. Ja, gut. Dann können wir wieder raus. Und ich glaube, ich sterbe hier noch. Gut. Warum brauchst du dazu? Ja, damit du da stirbst. Okay. Gut zu wissen. Gut. Hier ist nämlich noch ein Blaze Bonner. Warum? Oh, okay. Einfach so. Wohin müssen wir? Raus. Ich glaube, ich bin falsch. Weiß ich nicht. Ja, ich war falsch. Warum gehst du da nach oben? Das ist genau falsch. Wir müssen ja aber um die Treppe. Richtig. Hier lang. Zack. Wo bist du hin? Weg. Raus. Oh, das ist nicht so. Manuel in der Hölle. Die haben schon gelootet. Die habe ich schon. Da ist ein goldener Horst-Ding drin. Ja, den habe ich drin gelassen. Manuel, zurück. Ja. Oh, hi. Ach, da. Alex, der Cheater portet sich hier herum. Wir müssen wieder zurück, oder? Ja. Okay. Wir müssen wieder zurück. Manuel, ein Herz. Ach, du regenerierst nicht? Nein. Warum das? Das alle funktionieren in der Hölle nicht. Die haben eine umgekehrte Form. Deswegen hast du ja auch, ne? Ja, das ist schon klar. Nur, ich habe gedacht, du hast schon was gegessen. Nein, ich habe Rotten Flesh gegessen. Super. Oh. Ich habe gedacht, dass du wie normale Menschen regenerierst. Nein. Oh, okay. Dann nicht. Manuel, bitte nicht zu viel denken. Ja, sorry. Mach ich normalerweise eh nicht. Ja, mein Chef hat es mir schon verboten. Ich habe schon wieder keine Energie. Ja, dann komm doch zu mir. Ja, ich bin schon dabei. Abbauern und mitnehmen. Und ich... Okay. Gut. Java funktioniert nicht mehr. Das ist gut. Hat es das nicht vor einigen Wochen schon mal? Nicht das. Das ist jetzt was Neues. Ach, das ist was Neues. Ja. Ich zeige euch das mal kurz, Leute. Ähm, hier. Ne, da. Jetzt ist das da. Programm schließen. Es ist eh noch nicht zu. Nein. Nein. Überhaupt nicht. Ja. Hm. Entweder ich starte jetzt noch schnell. Ich starte jetzt noch schnell. Dann habt ihr jetzt hier ein langweiliges Schwarzbild bei mir. Schaut am besten bei Alex vorbei. Da gibt es alles in Farbe. Warum bitte ich Minecraft normal starten? Ich will Fete-The-Biest starten. Ich weiß es nicht. So. Launch. Kann ich euch jetzt mal noch eben zeigen. Hier eine Konsole. Da. Das ist nämlich voll cool. Warum macht er das nicht? Ich weiß es nicht. Uh. Da ist Minecraft. Minecraft. Minecraft öffnen. Ja. Gut. Yay. Das bleibt jetzt lang da. Über, ich glaube, zwei Minuten bleibt das da. Ja. Und das ist auch gut, weil wir haben noch zwei Minuten. Da kannst du nämlich noch die Blaze-Rots reinmachen. Und zu dir hin fließen. Äh, fließen. Ja. Fliegen. Wir können ja ein bisschen überziehen. Alter Schwede. So ist es ja nicht. Die Folge kommt einen Tag vor meinem Geburtstag raus. Bei mir. Ah, ich sage mal nicht. Stimmt. Ne? Das heißt, morgen kommt auf meinem Kanal ein Special-Video, was ihr euch unbedingt angucken müsst. Also natürlich gesehen von meinem Video her, nicht von Manuel, weil Manuel... Richtig, heute ist nicht der Zwölfte. Heute ist der Neunte. Heute bin ich übrigens in der Schule bei meinem Sporttag. Da filme ich mit meiner Drohne. Hey. Wird auch witzig. Ich werde es ja auf jeden Fall angucken. Ja. Wenn das hier auf meinem Kanal kommt. Ich glaube am Zweitkanal. Gestern, falls ihr das noch nicht gesehen habt, gestern war mein erster Schultag. Also in meiner Sicht, bei allen Sicht, ist es schon lange vorbei. Da müsst ihr auf die Konzeptlosen gehen. Da kommt ein richtig cooles, zusammengeschnittenes Video, was ich dann schon aufgenommen werden habe. alle Getoten macht. Mhm. Sein. Und das müsst ihr gucken. Ja, auf jeden Fall. Dann nehme ich heute, also in Sicht von dem Video, was dann kommt, vor zwei Tagen, schon mal ein bisschen was auf, sprich die Anmoderation, und dann gestern, beziehungsweise morgen, in jetziger Sicht, dann das restliche Video. Ich strecke gleich durch. Ich liebe solche YouTube-Timeception-Dinger. Manuel, du hast vergessen, die Blaselots hier reinzutun. Ach ja, da war was. Ich komme schon. Du hast übrigens ein Haus. Ich nach 60 Folgen, oder 62, auch immer nicht. Entschuldigung, wenn es etwas dunkel wird. Ich habe leider keine Fackeln mitgenommen. Hey. Hey, ich will dir da ganz was reinwerfen. Ja, die holst du jetzt raus. Warum warst du da drin dann? Mensch, weil du jetzt hier in die Crafting Station bitte die vier Blaze Rods ergänzt. Ach so. Und jetzt soll ich meinen Endertank raus. Ganz sicher. Ja. Okay. Und jetzt? Zu deinem Grundstück. Okay. Du bist irgendwie schneller, weil ich zuerst hochfliegen muss. Ne? I know. So, jetzt packst du den Tank direkt oben drauf. Wer sagt, dass ich das da haben will? Ja, packst du oben drauf. Pack bitte erstmal oben drauf. Und dann stellst du es um auf rot. Warum ist da jetzt Lava drin? Ja, weil die Lava kommt von meiner Pumpe. Von meiner Pumpe. Okay. Ne? Und jetzt hast du unendlich viel Energie. Yay. Findeck Coor. Gut. Thank you very much. This is great. Super. So, und ich muss jetzt erstmal Evangelion anschreien, weil von mir wurden Sachen geklaut. Anschreien. Upsi. So, ein unnötiges Schaf getötet. Es hat mir auf jeden Fall ein Bolle getroppt. Jaja. Ich sollte nicht mit einer Wrench auf eine Badbox rechtsklick machen. Nicht? Ne. Wieso nicht? Verstehe ich überhaupt nicht. Nicht? Nein. Warum ladet sich die Badbox nicht mehr auf? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das Kabel nicht angeschlossen. Doch. Da brauche ich gar kein Kabel. Der Generator steht drüben. Das ist doch Redstone-Flax-Generator. Der lädt nicht EU auf. Manuel. Doch, eigentlich schon. Nein. Nicht? Der Generator, der Rote. Ja. Der hat Redstone-Flax und nicht EU. EU ist Industrie-Kraft. Redstone-Flax ist alles andere. Verstehe. Die beiden kooperieren nicht miteinander. Und was genau willst du mir jetzt gerade dabei sagen? Dass wir die Folge beenden müssen. Da ich sonst komplett durchdrehe. Ja, gleich. Ich muss nur das Ganze noch ein Dings runter. Aber warum? Ich habe doch... Ja, ja, genau. Boah, Leute. Alex ist schwierig. Boah, ich habe 666 Essenzen. Also Essenz-Dusts. Richtig cool. Ich habe mir zwischendurch mal was gebrockt. Ach, so schaut das aus? Ja, so wie du bei mir. Wir haben Obsidian, ne? Brauchst du jetzt nicht irgendwie extra, ne? Was? Nee. Brauchst du noch Obsidian? Eigentlich nicht. Okay. Ich mache gerade ein paar Essenzen. Oh, Essenzen? Wofür denn? Keine Ahnung. Ich mache sie einfach. Ah. Ich habe jetzt 2 Strong-Essenzen, äh, nein, 2 Extreme-Essenzen, 3 Strong-Essenzen, 3 Regular, 1 Wig und 7 Dust. Ja. Passt. Habt ihr was mitgebracht? Meißen. Ah. Er ist lieb von dir. Ich muss trotzdem noch zu dir rüberfliegen, wenn du das machen willst. Hey. Jetzt hast du Obsidian. Ähm, ja. Gut, wir lassen Manuel mal alleine. Ach, wieso denn? Echt. Und ich finde es immer noch mysteriös, weil das letzte Mal, wo ich mit Evangelion aufgenommen habe, muss jemand das Holz von meinem Haus abgebaut haben, weil das Haus war vorher mit Holz umrandet und danach nicht mehr. Also, irgendwie ist mein ganzes Holz abhandengekommen. Okay. Komplett. Und du, Alex? Nein, wir hören jetzt nicht auf. Nein, tun wir nicht. Ähm, wegen den komischen Kristallzeugsblumen da, ne? Du weißt. Ja, die Kristalle, die man so hinstellt, ne? Die meinst du? Ne, die Blumen davon. Ja, die Blumen. Die man anpflanzen kann. Ja. Ja. Wie kann ich da Kristalle draus bekommen? Gar nicht, weil es noch nicht implementiert ist. Also war das sinnlos, dass ich meine Kristalle dafür geopfert habe? Ja. Aber gut zu wissen. Ja, wusste ich auch noch nicht. Also, musste ich erst nachlesen. Das ist, ja, das ist toll, finde ich. Ehrlich? Ja. Wow. Also, wenn man Manuel begeistern möchte, ne? Ich habe hier auch noch sechs Blazerods hier in meiner Kiste. Dann waren unsere zehn Tode jetzt, die wir wegen dir erlitten haben, sinnlos. Ja. Mindestens zehn. Aber Manuel, ich kann dir was sagen. Und zwar können wir jetzt mit diesen Blazerods, damit wir nicht wieder in den Nether reisen müssen, einmal Blazerodseeds erstellen und die mit anpflanzen. Das ist super. Findest du? Das ist eine gute Nachricht. So, jetzt muss ich bloß nochmal gucken, wie man die Seeds herstellt. Das ist eine gute Idee. Und ich habe übrigens keinen Platz mehr für neue Sachen. Ich habe auch noch drei Blazeroddingens. Ja, und brauche ja vier dafür. Ja. Gut. Hätten wir noch zwei machen können. Seeds. Force Seeds. Place. Wo ist Blaze? Fire. Frost. Magma. Magma. Kau. Nee, kam. Okay, hat sich erübricht, ne? Ähm. Bitte? Falls du jetzt demnächst die Tage nochmal Zeit und Lust hast, ne? Entweder du gibst mir Erde, ich mach das, oder du konntest gewinnen, dass das Ganze ein neues Feld machen, falls du willst, dann kannst du dich auch immer natürlich an meinen Sachen bedienen. Immer. Ja, also ich habe keine Zeit. Ich kann nicht mehr aufnehmen, da ich erstmal die nächste Folge dafür widmen möchte, meinen Geburtstag zu planen. Hä? Das ist die nächste Folge. Die nächste Folge ist an dem Samstag. Ja. Happy Birthday. Nein, nicht so früh. Oh. Dann nicht Happy Birthday. Genau, dann nicht. Ja. Hast du nicht gesagt, du hast Essenzen? Ja. Hast du da einen Infused Stone hier drin? Nein. Wieso nicht? Äh, in der Eisenkiste habe ich die anderen vier. Meine Masterdings nehme ich immer mit. Oh. Ja, musst du mal einen zweiten erstellen, weil ich habe meinen jetzt auch nicht dabei. Ja. Komm, wenn, war jetzt einfach hier die Folge. Was kann ich denn dafür? Ja, nee. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 22 Minuten, jetzt machen wir wenigstens 30. Nein, wir machen jetzt gar nicht 30. Sonst sterbe ich auf dem Brotstück. Warum solltest du... Hä? Muss ich das verstehen? So, jetzt bin ich gestorben. Okay. Loot für mich. Ja. Ach, kannst du gerne alles nehmen. Du hattest nichts dabei, oder? Doch. Alles. Na? Manuel, machst du den Grabstein, ist kaputt, ne? Nein, wieso? Sag dir. Ich schlage dir. Ja, was denn? Happy Birthday. Danke. Gleiches. Siehst du, seht ihr, sowas ist nett. Wenn man einfach mal alles Gute zum Geburtstag wünscht. Ja, obwohl man gleich Geburtstag hat. Ja, egal ob der andere Geburtstag hat oder nicht. Man freut sich da, insgeheim. Auch wenn man es nicht weiß. Man will es nur selber nicht zugeben, dass man sich freut. So sehr freut man sich. Ja. Ja, das ist sehr sentimental und tiefgründig, aber damit muss man einfach leben. Das ist so tiefgründig, dass ich jetzt hier die Folge beende. Weil ich nicht mehr weiß, was ich jetzt noch machen soll, außer hier mal anzuschreien, dass ich hier meine Tools jetzt nochmal craften muss. Äh, ja. Also. Ich verstehe. Das ist. Und ich will dich nicht anschreien. Ich fühle mit dir. Ja, deswegen ja. Und deswegen will ich jetzt jemanden anschreien. Und zwar auch nicht Evangelion, sondern derjenige, der es gemacht hat. Trotzdem fühle ich mit dir. Ja, das stimmt. Ich bin ein sehr einfühlsamer Mensch. Ehrlich? Ja. Und wir sollten jetzt ernsthaft die Folge beenden. Wirklich. Leute, wir verabschieden uns mit dieser sentimentalen Träne im Auge bis zur nächsten Folge. Bis zu meiner übernächsten Folge, weil die nächste Folge wird auf jeden Fall keine Monsterfolge. Und die Folge werde ich dann aber auch nur am 13. drehen. Und nicht vorher und nicht nachher, sondern nur am 13. Und ihr könnt gespannt bleiben, was da auf euch zukommt. Das heißt, in ein paar Tagen, wenn ich jetzt rechne, in vier Tagen schaut auf Alex' Kanal. Gestern auf Konzeptlosen. Genau. Wisst ihr Bescheid? Obwohl jetzt eh keiner mehr dran ist, aber egal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.